So Leute, ihr habt mich in den letzten Tagen mit Nachrichten bombardiert, dass ich doch unbedingt auf dieses Video hier reagieren soll. Und zwar Minecraft Freedom Paluten Animation. Das machen wir heute auf dem Team Paluten Kanal, da gerade eben erst eine Paluten Animations Folge auf meinem Hauptkanal online gegangen ist. Aber ihr habt gesagt, dieses Video, das ist der absolute Wahnsinn und wir werden uns das jetzt zusammen reinziehen. Like-Dislike Verhältnis sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil aus. Also ich freue mich. Eine Animation von The Bro, ja. Ja, wunderbar. Musik Awaken von League of Legends. Liebe Leute von League of Legends, macht mal kein Copyright-Auge, ne? Das Dorfte. Ah, geiles Ding. Das Krankenhaus. Oh, hier auch noch die Arena. Kann sich da noch jemand daran erinnern, wo wir im Livestream Stadt, Land, Fluss gespielt hatten? Das war, glaube ich, im Livestream. Ah, Mann, ey. Da haben wir in diesem, in diesem Dorfteil haben wir so viel, so viel geilen Kram erlebt. Ah, das war... Ja. Freedom. Ein Land des Friedens und der Freiheit. Doch die Herrschaft von König Xarod stürzte das Land in Kausch. Alter, da hinten sind Explosionen. Achtung! Seite an Seite kämpften sie für das Gute. König Squad! Alter, was stimmt denn nicht hier? Alter, das ist ja richtig gut. Ihr habt echt nicht zu viel versprochen. Boah, das hat so eine ganz, so eine ganz, in Anführungszeichen, beklemmende Stimmung. Aber so, so episch. Wisst ihr, was ich meine? So richtig cool. Ah, nicht schlecht. Also, ich, ich freue mich auf die nächsten, ähm, weiteren drei Minuten hier. Doch eben so viele ließen hier leben. Oh, ja, hier. Alle Leute. Stegi, der draufgegangen ist. Kedos. Ja gut, das war... Mh, Rewi. Ja gut, Rewi ist direkt am Anfang. MC Expert. Hä? Was ist das, was ist das hier vorne? Ist, ist, soll das Dream sein hier? Und das hier die Almighty Power Machine? Nein! Es tut mir leid. Zusammen schafften sie es, den Feind zu besiegen. Wuhu! Freedom is fighting! Doch was, wenn er wiederkommt? Well, the devil is not... Und es stärker... Right, I should do it. Herr Bergmann als Evil Bergy. Oh, das war auch so eine geile Storyline. Vermutlich sogar die, die ich am meisten, am meisten gefeiert habe. Bei Bergy das aber auch einfach so unfassbar gut, äh, gespielt hat. Oh Mann, ey. Das war schon... Ey, wie... Leute, jetzt mal ohne Witz. Wie gut ist denn bitte diese Animation? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich habe hier so ein bisschen Gänsehaut. Oh, das ist halt so... Das ist jetzt wie in so einem Paralleluniversum. Was wäre, wenn... Plötzlich kommt Xarot wieder, obwohl wir ihn besiegt haben. Und er ist... Er ist plötzlich stärker denn je. Truppen von Xarot stehen vor dem Dorfte und versuchen, es einzunehmen. Er ist auf jeden Fall eine nette Storyline. Aber wir haben Xarot besiegt. Aber, ey, diese Animation, äh, Zebro, ja. Respekt. Also, ich muss es ja immer wieder sagen. Ich finde das faszinierend, was für kreative, talentierte Menschen in meiner Community sind. Ich habe da wirklich einen riesen Respekt vor, weil ich es mir nicht ansatzweise vorstellen kann, wie viel Arbeit bei solchen Sachen selbst in so kleine... Ja, man muss das Ganze kolorieren und so weiter. Also, ich glaube, so Animationen und so zu erstellen, äh, ne, Respekt. Das ist, das ist krass. Und ich finde das cool, dass Leute ihre, ihre Freizeit opfern. Und mir und meiner Community sowas zu basteln, sodass wir das genießen können. Dementsprechend vielen, vielen Dank. Und ich kann es hier auch nochmal sagen, Zebro, ja, wird natürlich verlinkt. Schaut dort unbedingt vorbei. Lasst da bitte ein Like da. Könnt ihr auch direkt mal abonnieren. Vielleicht kommt da ja nochmal was. Ich mache auch mal alle Benachrichtigungen hier auf dem Account an. Und, ähm, ja, danke. Ich freue mich, ich freue mich jetzt, was hier noch weiterkommt. Das ist nicht gut. Lass es abbiegen. Schau, lass es ganz schnell abbiegen. Du hast so viele Schlachten mit uns geschlagen. Eine. Ich muss jetzt hier zeigen, wer der Boss ist. Darauf will ich es nicht hinauslaufen lassen. Wir haben aber keine Zeit. Also, ich hätte eine Idee, ne? Expecto Patronum! Bisschen blöd scheint der Typ auch noch zu sein. Was ist ein Loser? Nein. All der Zeit bist du immer noch zu schwach. Da hinten. Da sind sie. Oh Gott, sieh, die kommt hin in ihm. Leute, er hat mich fast getrunken. Gott, you daddy. Oh, Moment, Achtung. Ja, ich habe Angst. Ich weiß nicht, wo der hier ist. Der war einfach weg. Ich will den Brasilien. Achtung. Frau Dato, du musst da weg. Frau Dato, weg. Oh, ey. Evil Bergy mit dem, äh, mit den, mit den Illuminaten. Und scheinbar so ein bisschen. Ich weiß nicht, worauf das jetzt angelehnt ist. Im ersten Moment denke ich, dass es, dass es ein bisschen Darth Vader mäßig ist. Maudado hier mit einem Bogen und Bergy hat, Bergy hat eine Schnecke in der Hand. Äh, Hörspalette. Einfach festhalten. Ich bin so schlecht. Ich mag dich trotzdem, Maudado. Ich hab dir vertraut. Du vertraut. Stimm doch gar nicht. Ich hasse dich. Manu, Maudado. Okay, okay, Maudado. Ich fack dir die Fresse. Maudado. Die Gruppe zersetzt sich. Ich weiß gar nicht. Ich weiß, dass innerhalb von Freedom damals Maudado einmal, ähm, stimmt. Maudado war mal eine Zeit lang weg. Und dann, dann kam überraschenderweise Candy. Also, da kann man ja, da kann man ja mal vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass es sein könnte, dass Maudado aufgrund von, ähm, Mangel an, äh, Charakteren vielleicht, äh, ein oder das ein oder andere Mal in die Rolle von Candy geschlüpft ist. Man weiß es nicht. Ja, ich kann ja so, letztlich, dass das große Problem war auch, was, was, glaube ich, manchmal viele so ein bisschen, ähm, unterschätzen und weshalb ich auch unter so ein bisschen dieser Arbeitslast auch so ein bisschen zusammengebrochen bin damals. Ich hatte bis auf, ähm, glaube ich, so die letzten, lass mich liegen, 50, 60 Folgen, dann so zwei, zwei, drei Leute, die, die sozusagen noch Schauspieler gespielt hatten. Aber, ähm, ansonsten hatte ich halt keinerlei Hilfe. Ich hab alles komplett selber gemacht. Also, sei es Storyline, sei es mit den Maps und so weiter. Und, ähm, irgendwann war es einfach zu viel. Ich hatte da auch mir, mir so einen kleinen Tinnitus geholt und Freedom war, es war gut, ich bin froh, dass ich das alles durchgezogen hab. Aber es musste einfach zu dem, zu dem damaligen Zeitpunkt dann irgendwann eine Veränderung her, weil sonst wäre ich wahrscheinlich irgendwann, das, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, oh, aber ich wäre sonst, ich hätte das sonst nicht mehr. Ich hab von morgens bis abends, wie gesagt, Freedom gemacht und nichts anderes. Und ich war, ich war niemand, der sich sonderlich gut mit Mods auskannte. Ich war niemand, der sich sonderlich gut mit Servern und so weiter auskannte. Es war geil und ich bin auch froh, dass, dass ich dann den nächsten Schritt gegangen bin, eben mit den, mit den Büchern, ähm, dass ich gesagt hab, okay, ich hab jetzt hier ein geiles Projekt auf die Beine gestellt, aber jetzt wird's mal Zeit für was Neues. Ich möchte Freedom allerdings trotzdem fortführen. Ich möchte trotzdem weiter Geschichten erzählen, weil das ist auch das, was mir an Freedom auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, deswegen bin ich, bin ich sehr froh, diesen, diesen Schritt mit Freedom weiterzugehen und, ähm, ja, mir macht es immer noch Spaß. Es werden auch, hoffentlich, toi, 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 werde ich weiterhin die, die Möglichkeit haben, Bücher rauszuhauen. Klar, der Traum ist immer noch in der Hinsicht irgendwann ein Film. Eigentlich eher eine Serie. Eine Serie schon eher mehr als ein Film, weil ich, 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 ich finde Serien mittlerweile einfach wesentlich cooler, weil man eine Geschichte breiter erzählen kann. Und, ja, da würde ich, ja, eine Serie würde ich cooler finden. Aber, ey, ich bin ein bisschen abgedriftet weiter. Nein, Leute! Was ist das denn? Wir haben Freunde! Wir dachten, ich auch! Nein! Das war meine erste Animation. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ein riesiges Danke an meine tollen Friends fürs Motivieren. Boah, besonderes Dank. Oh, oh, ja, die kann, die kann ich nicht ganz, ganz lesen. Minecraft Freedom hat mich sehr unterhalten und inspiriert. Oh, das freut mich. Danke für dieses tolle Projekt und alle, die es so unvergesslich gemacht haben. Danke, danke, dass du hier sowas, sowas gezaubert hast. Also wirklich, ähm, ja. Ich, ich, ich glaube, ich habe hier alles, alles dazu gesagt. Sehr, aber geile Animationen. Wirklich. Einfach, einfach cool.